In unmittelbarer Nähe zu Basel und Deutschland errichtete Bibus das zukunftsweisende Servicecenter Mölin und erlangt damit eine weitere Qualitätsstufe. Also mit unserem neuen Servicecenter hier in Mölin haben wir über 5000 vollautomatisierte Lagerplätze. Wir haben eine neue Querteilanlage. Mit diesen können wir jederzeit den Marktservice recht flexibel und just in time bedienen. Modernste Technik und Logistikverfahren sorgen für eine extrem effiziente und saubere Verarbeitung, die keine Wünsche offen lässt. Drei Richtwalzkassetten garantieren für die Herstellung von Edelstahl- und Aluminiumzuschnitten hervorragende Produkte für die weiterverarbeitende Industrie. Die produzierten Bleche erfüllen höchste Ansprüche in puncto Ebenheit und Maßtoleranzen. Die vollautomatischen Hochregallager erhöhen die Leistung langfristig um ein Vielfaches. Große Stückzahlen sowie Einzelkommissionierungen sind dadurch produktschonend und in kürzester Zeit zu realisieren. Früher ging der Mitarbeiter zu der Ware, heute kommt die Ware zum Mitarbeiter. Also der Kunde kann bei uns am Mittag bestellen, je nachdem geht es am gleichen Tag noch raus per Express und der Kunde hat es am anderen Tag. Also schneller geht es gar nicht. Durch den mit dem Hochregallager verbundenen hochmodernen Sägepark werden Rohre und Profile in Fixlängen auf engste Toleranzen zugeschnitten. Auch beidseitige Gehrungszuschnitte können nach Kundenbedürfnissen hergestellt werden. Für sämtliche Abmessungen und Kundenwünsche haben wir die richtige Maschine zur Verfügung, um die qualitativen Ansprüche vollumgänglich zu erfüllen. Wir lagen ja bei uns gleich von 0,5 bis 25,4 mm dick. Schneiden können wir im Logistikzentrum bis 10 mm mit der Schlagschere. Und alles was darüber ist, wird eh mit Watercheck geschnitten. In allen Bearbeitungsschritten wird auf die Rückverfolgbarkeit der Produkte besonderer Wert gelegt. Dies ermöglicht es für alle gelieferten Produkte auch auf Unscheinabnahme Prüfungswerkszeugnis zu liefern. Qualität, Service und Lieferbereitschaft zu marktfähigen Preisen. Das war das erklärte und oberste Ziel für das neue Service Center. Be Untertitelung des ZDF, 2020